Die Firma Motorwerk in Steckborn ist offizieller Vertreter der Elektro-Bike-Markt Genox. Wir stellen dir hier das Modell Touring mit 26 Zoll Bereitung vor. Das Touring ist ein Grand Tourer und eigent sich für alle Bereiche. Ausgerichtet mit Schutzflächen und Lichtformen ist eine Federgabe verbaut. Die breiten Ballonreifen sind in 26 Zoll und geben Sicherheit. Dazu haben hydraulische Scheibenbremsen vorn und hinten. Der 500 Quad Akku ist ein Gezium-Ionen-Akku und einfach herausnehmbar. Der Antrieb ist ein sequentielles 8-Gang-Getriebe mit 4 elektrischen Unterstützungsstufen. Das Hinterrad ist mit einer Zentralmutter auf der Einarmschwinge montiert. Super einfach zum Demontieren. Das Bike ist mit einem Pinkgold von Diebstahl geschützt. Das Gewicht 26 Kilo. Garantie 3 Jahre. Kauf dir jetzt dein Neox Touring www.motorwerk.ch Das war's. 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 Das war's.